Ein Scharnis Latschellen kann das Selbstbewusstsein einer Person steigern und sie attraktiver erscheinen lassen. Ein Weg, um ein strahlendes Latschellen zu erreichen, ist die Anwendung von Zahnveners. Diese hauchte ein Viertelnähen, zahnfarbenen Schalen kann in ZA-Näh, die Werfer-RBT, uneben oder beschadigt sind, abdecken und so ein perfektes Latschellen schaffen. Der Prozess der Anwendung von Zahnveners ist jedoch kompliziert und erfordert die Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Patient. In diesem Video werden wir uns genauer mit diesem Prozess befassen und Ihnen einen Einblick geben, was bei der Anwendung von Zahnveners zu erwarten ist. Schritt 1 – Beratungsgesprach CH Bevor mit der Anwendung von Zahnveners begonnen wird, ist es wichtig, ein Beratungsgesprach CH mit einem Zahnarzt zu F1-Viertel-Rennen. Während dieses Gesprach CHS wird der Zahnarzt den Zustand Ihrer Zahnarzt bewerten und mit Ihnen A1-Viertel BER Ihre Ziele und VA1-Viertlensche in Bezug auf Ihr Latschellen sprechen. Basierend auf diesen Informationen wird der Zahnarzt entscheiden, ob Zahnveners F1-Viertel ER Sie geeignet sind und welcher Behandlungsplan am besten zu Ihnen passt. Schritt 2 – Vorbereitung der Zahnarzt Bevor die Zahnveners angebracht werden kann, ma1-Viertel SN die Zahnarzt vorbereitet werden. Dies beinhaltet in der Regel das Abschleifen einer da1-Viertel-Nähenschicht des Zahnschmelzes, um Platz F1-Viertel ER die Veners zu schaffen. Dieser Schritt ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Veners richtig auf den Zahnarzt haften und ein natter 1-Viertel-Rennen aussehen haben. Schritt 3 – Abtra1-Viertel-Zehkai nehmen Nachdem die Zahnarzt vorbereitet wurden, werden Abtra1-Viertel-Zehkai von Ihren Zahnarzt-Nähnen genommen. Diese Abtra1-Viertel-Zehkai werden dann an ein zahntechnisches Labor geschickt, wo die maigefertigten Zahnveners hergestellt werden. Es ist wichtig, dass die Abtra1-Viertel-Zehkai präzise sind, damit die Veners perfekt zu Ihren Zahnarzt-Nähnen passen. Schritt 4 – Anpassung der Veners Wenn die maigefertigten Zahnveners fertig sind, werden sie auf Ihre Zahnarzt-Nähnen angepasst. Dies beinhaltet das Testen der Passform und Farbe der Veners, um sicherzustellen, dass sie ihren Erwartungen entsprechen. Wenn Natich, kann Ihnen kleinere Anpassungen vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass die Veners perfekt sitzen. Schritt 5 – Anbringung der Veners Nachdem die Veners angepasst wurden, werden sie auf die Zahnarzt-Nähnen geklebt. Dieser Prozess erfordert viel Geschick und Erfahrung, um sicherzustellen, dass die Veners richtig ausgerichtet sind und ein natter ein viertlerisches Aussehen haben. Nachdem die Veners angebracht sind, kann es sein, dass noch einige Feinabstimmungen vorgenommen werden, ma ein Viertel-SN, um sicherzustellen, dass sie perfekt sitzen. Schritt 6 – Nachsorge Nachdem die Zahnveners angebracht wurden, ist es wichtig, regelmaarige Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt wahrzunehmen, um sicherzustellen, dass die Veners gut sitzen und keine Probleme auftreten. Es ist auch wichtig, eine gute Mundhygiene zu praktizieren und regelmaarig zu putzen und zu flossing, um die Haltbarkeit der Veners zu gewahre leisten. Insgesamt ist der Prozess der Anwendung von Zahnveners recht kompliziert und erfordert die Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt und Patient. Wenn jedoch alle Schritte Sorgfalt-TG durch Gefahr ein Viertel-HRT werden, kann ihn Zahnveners ein Scharnis und strahlendes Latschellen schaffen, das lange an HLT. Wenn Sie sich F1-Viertel-HR die Anwendung von Zahnveners interessieren, sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt und lassen Sie sich beraten, ob diese Behandlung F1-Viertel-HR Sie geeignet ist.